Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist David Scheider und bei mir im Studio ist heute Sven Wagenknecht. Sven, bist du auch all in in den DOC Food Token gegangen, der heute 470% im Plus ist? Moin David, nein bin ich nicht und das ist auch gut so. Ich setze voll und ganz auf Bitcoin und das reicht mir vollkommen aus, dann wird ja auch ganz gut performt. Das stimmt. Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema. Polymarket, die Wettplattform aus dem Cryptospace, gilt inzwischen auch außerhalb des Cryptospace als wichtiger Stimmungsbarometer. Man kann dort auf ziemlich alles wetten. Die wohl prominenteste Wette ist die, welcher Kandidat oder Kandidatin am 5. November US-Präsidentin oder Präsident wird. Donald Trump oder Kamala Harris. Seit einigen Tagen weichen die Wahrscheinlichkeiten allerdings stark von anderen Wahlumfragen auf diesem Polymarket ab. Und da steht jetzt die Vermutung im Raum, dass hier sowas wie eine Manipulation der Märkte betrieben wird. Sven, du hast dich damit auseinandergesetzt. Was steckt dahinter? Genau, also Polymarket ist ja nun wirklich sehr beliebt. Wir schreiben da auch gerne drüber, alle schauen drauf, wie sich da die Wetten ja entwickeln und vor allem natürlich die Frage, wer wird am 5. November Präsident, Trump oder Harris. Und das Spannende ist jetzt, dass man oft eine Korrelation feststellen konnte, nicht immer, wenn die Wahrscheinlichkeit für Trump gestiegen ist, ist auch der Bitcoin-Kurs gestiegen. Weil Trump nun mal eben der mehr Pro-Krupto-Kandidat ist, was ja dann auch Sinn macht, dass das eben positiv den Kurs ist. Das Spannende jetzt hierbei ist, dass seit dem 4. Oktober, da war es noch ausgeglichen zwischen den beiden 50-50, auf einmal Trump wirklich deutlich, deutlich vorlegt. Also die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, waren jetzt 61 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Trump US-Präsident wird und nur noch eben dann 39 Prozent für Harris. Und in dieser kurzen Zeit, die eben auch nicht durch andere Wahlumfragen wiedergespiegelt wird, ergibt sich jetzt sozusagen die Spekulation, die wir nicht bestätigen können, dass da vielleicht jemand mit kleinem Kapitaleinsatz, weil so viel ist da nicht notwendig, Wetten positioniert hat, um damit eben ja den Bitcoin-Kurs vielleicht auch zu pushen. Ist wie gesagt eine reine Spekulation, aber eine These wert zumindest, finde ich. Aber würdest du dann schon sagen, ja, da kann man von Marktmanipulation sprechen? Es ist ja auch so, dass Trump eher der positive Kandidat, was Krypto angeht ist und eben auch die Trump-Wähler eher Kryptoinvestoren sind und dann auch ein Interesse hätten, eben auf seinen Wahlausgang auf Polymarket zu wetten. Ja, also ich meine, Polymarket ist nun mal kein Querschnitt der Gesellschaft. Dort sind vor allem Menschen aus dem Kryptospace aktiv und wie wir ja wissen, sind die oft auch für Trump eben. Und diese Prägung, die gibt es aber ja schon immer. Die war ja auch vorher schon gegeben. Das heißt, wenn dort eine Veränderung stattfindet auf Polymarket, kann man ja schon sagen, okay, da tut sich dann schon auch etwas, was eben vielleicht ein gutes Zeichen ist oder ein Indikator zumindest ist. Es kann natürlich auch sein, dass die Interviews, die Harris gegeben hat, echt nicht so gut weggekommen sind. Zumindest war es aus der Presse zu lesen, dass sie da keine so gute Figur gemacht hat. Also vielleicht ist es auch die Realität, die dort abgebildet wird. Was ich hingegen krass finde, das muss ich erst einmal zeigen, was ist, wenn Polymarket nun doch Recht behält, wenn also diese Wahrscheinlichkeiten auch die Wahlergebnisse am 5. November widerspiegeln. Weil ich glaube, dann wird Polymarket wirklich nochmal in der Öffentlichkeit eine andere Relevanz bekommen, also auch über den Kryptospace hinaus. Aktuell ist es halt eine Spekulation, wie wir ja den Ergebnissen, sage ich jetzt mal, oder den Results, da vertrauen können einfach von den Wahrscheinlichkeiten. Das ist gerade noch unsicher. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich frage mich so ein bisschen, ob da wirklich diese Kausalität besteht. Also der Bitcoin-Kurs ist natürlich ziemlich komplex. Und ja, ob da jetzt nur Polymarket dafür verantwortlich ist, dass wir in den letzten Wochen gut performt haben, wage ich mal zu bezweifeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch plausibel, dass wenn die Chancen von Trump steigen, dass er Präsident wird, Bitcoin positiv performt. Weil, sind wir ehrlich, eine Wahl von Trump wäre rein markttechnisch betrachtet, initial auf jeden Fall bullish für den gesamten Kryptomarkt, weil Trump ja als ganz klar pro Krypto gilt. Er hatte auf dieser Bitcoin-Conference in diesem Jahr eine Bitcoin-Nation USA ausgerufen. Und ja, das hätte man sich ja vor ein paar Jahren überhaupt nicht denken können. Also das wäre auf jeden Fall für den Kryptomarkt ein sehr positives Beispiel. Ich bin allerdings auch so ein bisschen skeptisch, ob man ihm da zu viel zutraut. Also, ja, ich sag mal, Trump verspricht viel, wenn er taglang ist. Und wir hatten uns, also wir hatten mal so einen Faktencheck gemacht und uns die Wahlversprechen von ihm angeguckt, ob er denn so viel wirklich machen könnte, wenn er Präsident wäre. Und da war ein Beispiel, dass er den SEC-Chef Gary Gensler gerne entlassen will, der ja im Prinzip alles verklagt im Kryptosektor, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und darunter auch sehr seriöse Unternehmen wie zum Beispiel Coinbase. Und er will Gensler entlassen. Und da haben wir mal bei einem Anwalt nachgefragt, bei Howard Fischer von der US-Kanzlei Moses Singer. Und der hat uns geantwortet, dass es gar nicht den Anschein hat, dass Trump die Befugnis hat, Gensler einfach so ohne Grund zu entlassen. Also da muss man dann schon aufpassen und gucken, was kann Trump wirklich machen. Und letzten Endes, aus meiner Sicht, kommt es eher darauf an, welche Gesetzmäßigkeiten der Kongress erlässt. Also wie arbeitet das US-Parlament? Gibt es dann irgendwann so eine Art von Mika in den USA? Also eine Regulierungsverordnung für den gesamten Cryptospace in den USA? Das fehlt eher. Und das ist aber eher eine Sache der Legislative. Ich finde es darüber hinaus auch ziemlich interessant, was man so auf Polymarket machen kann. Also das ist schon auf jeden Fall eine ziemlich unterhaltsame Plattform. Man kann ja unter anderem natürlich auch wetten, wer Präsident wird, aber auch, ob Lana Del Rey dieses Jahr noch schwanger wird oder ob Kanye West seine Partnerin betrogen hat. Und je nachdem, wie da die Chancen sind, kann man da mehr oder weniger Geld mitmachen. Hast du schon mal was auf Polymarket gewettet, Sven? Nee, also zum Selbstschutz noch nicht, weil ich glaube immer, man verliert meistens ja schon Geld beim Wetten. Das gilt für Fußballwetten, Pferdewetten und ich glaube auch eben bei allen anderen Wetten in der Regel, da setze ich lieber auf Bitcoin. Auch stelle ich es mir gerade schwierig vor so ein bisschen, wenn man jetzt nicht gerade Wetten hat wie, wer wird US-Präsident, sondern eben solche Sachen wie, hat Kanye West seine Partnerin betrogen? Wie ist das rechtlich immer? Also wer sagt das, dass das dann auch so ist? Da braucht es ja eigentlich immer ein Rechtsgutachten und da bin ich mir so unsicher, ob das dann immer auch wirklich so aufgeht, dann eine Wette, selbst wenn ein Fall eintritt, wegen der Beweispflicht. Also viel Unsicherheit, glaube ich, noch und vielleicht ist gar nicht erst Anfang. Ich hätte schon Spaß dran, glaube ich, aber das ist auch gefährlich, wenn man da Spaß gewinnt, so mit Wetten. Also lieber auf Bitcoin setzen da, das ist, glaube ich, die sichere Sache. Oder du, David? Ja, da sprichst du einen ziemlich interessanten Punkt an. Das ist ja im Endeffekt das Oracle-Problem, was du da formulierst. Also du kannst ja noch so viele Daten auf die Blockchain packen, die dann, wenn sie ja immer auf der Blockchain sind, ja super sicher sind. Aber wie stellst du sicher, dass die Daten, die auf der Blockchain sind, auch tatsächlich eine Integrität in der realen Welt haben? Und das ist ja genau das fundamentale Problem, was man eben dann Oracle-Problem nennt. Also ja, wer entscheidet denn, dass Kanye West seine Partnerin betrogen hat? Was heißt überhaupt betrogen? Also who knows? Also das sind so Sachen, die sind dann da definiert. Mit der Auslegung, ne? Also das ist jeder anders. Genau, also auf sowas würde ich auf keinen Fall wetten. Über den Ausgang der US-Wahlen ist es relativ klar, da gibt es ein amtliches Endergebnis. Aber bei vielen so einen Quatsch wetten, da würde ich auch echt aufpassen. Ja, dann lass uns am besten beide die Finger davon lassen und lieber darüber schreiben und berichten, aber unser Geld woanders reinstecken. Lass uns dann auch zum nächsten Thema kommen, würde ich sagen. Ja, die Europäische Zentralbank hat wieder den Leitzins gelockert auf 3,25 Prozent und das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema. Wir schreiben da jeden Tag praktisch drüber, es bewegt die Märktenummer einfach und daher finde ich es sehr wichtig, dass wir auch immer das Thema sprechen, Leitzinsen. David, magst du uns das noch einmal erklären? Warum ist das wichtig? Was ist das eigentlich? Genau, also der Leitzins ist eigentlich der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz. Der ist jetzt auf 3,25 Prozent gesenkt worden. Der war davor auf 3,5 Prozent im Euroraum wohlgemerkt. Das heißt, um 25 Basispunkte oder 0,25 Prozentpunkte wurde der Satz gesenkt. Und dieser Hauptrefinanzierungssatz ist ja der wichtigste Zinssatz im Euroraum, der von der Zentralbank festgelegt wird und da spricht man eben gemeinhin vom Leitzins. Ja, und dieser Zinssatz ist der Preis, zu dem sich Geschäftsbanken bei der EZB kurzfristig Geld leihen können und man kann sagen, diesen Zinssatz geben die dann im Prinzip auch an ihre Sparerinnen und Sparer weiter. Das heißt, angelegtes Geld wird jetzt tendenziell in der Zukunft schlechter verzinst. Aber man kann auch sagen, je günstiger dieser Zinssatz ist, desto günstiger können sich Banken auch refinanzieren und desto mehr Liquidität kommt eigentlich dann in den Markt. Genau, der Zins ist ja, sagt man, auch der Preis für das Geld. Diesen Preis muss ich zahlen und ja, entsprechend positiv, wenn das Geld günstiger wird. Aber was war jetzt der Grund, was hat die EZB angeführt für die Zinssenkung? Ja, die EZB trifft ihre Entscheidung, man kann sagen, datengetrieben. Also da gibt es vor allem drei Faktoren, die sie heranzieht. Das wäre zu einem die gegenwärtigen Inflationstreiber, die Inflationsaussicht und eben den Effekt, den Zinsen auf die Realwirtschaft haben. Das klingt jetzt ein bisschen technisch. Ja, ein bisschen leichter erklärt bedeutet es, die Inflation ist schneller gesunken, als man gedacht hat im Euroraum. Nämlich liegt sie jetzt bei 1,8 Prozent, wobei ich vorhin gelesen habe, sie ist sogar bei 1,7 Prozent. Also da geht es dann um den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Es gibt verschiedene Inflationsaggregate. Die Kerninflation ist höher, die ist bei über 2 Prozent. Aber sagen wir jetzt mal, wir sprechen vom harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der liegt jetzt bei 1,7 Prozent. Und damit ist die EZB unter ihrem Ziel von 2 Prozent. Und das visiert sie ja immer an. Da kann man streiten, wie sinnvoll das ist. Aber sagen wir mal, das ist die Zielmarke, da ist sie jetzt drunter. Das heißt, das würde dann in dem Fall auch eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen. Man hat ja höhere Zinsen, vor allem in Zeiten, wenn die Inflation hoch ist, um Liquidität aus dem Markt zu nehmen, die Wirtschaft ein bisschen zu dämpfen und die Inflation zu drücken. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die gegenwärtige Konjunktur. Und das ist nicht so einfach, weil die EZB den gesamten Euroraum im Blick hat und sie erwartet, dass wir in keine Rezession schlittern, aber das Bruttoinlandsprodukt nur noch schwach wächst, nämlich um 0,8 Prozent im Jahr 2024 und dann in den nächsten Jahren, also 2025 rechnet sie mit 1,3 Prozent und 2026 mit 1,5 Prozent. Das ist nicht sonderlich viel und da hat sich aus Sicht der EZB eben dieser Zinsschritt nach unten jetzt angeboten. Ja, total. Also ich finde, so ein Wachstum mit einer Null vorne, das ist einfach nichts. Schauen wir uns da andere Länder an. Natürlich Schwellenländer, die wachsen schneller. China, da sind es ja 3, 4, 5 Prozent ganz oft. Ich glaube, China zuletzt mit 4,5 Prozent, sehr schwach für China. Sind die Daten vielleicht auch nicht immer alle korrekt? Das wissen wir auch nicht so ganz. Aber da muss mehr gehen, finde ich einfach. Gerade bei dem Schuldenstand, den wir haben, da brauchen wir auch mehr Wachstum. Oder die Zinsen gehen weiter runter, was wir ja gerade hier besprechen, was eben auch gerade passiert. Ich glaube, auch die Konsequenz ist einfach. Viel theoretisch, was ist nochmal so konkret jetzt auch im Markt passiert, in der Praxis? Also wie war die Reaktion da auch der Märkte? Ja, die war, ich würde sagen, verhalten positiv. Also der DAX war so rund 1 Prozent im Plus gestern. Bitcoin auch leicht im Plus. Aber man muss auch sagen, dieser Zinsschritt war eingepreist. Da war so erwartet worden. Vor allem jetzt wegen Aussagen in den letzten Tagen. Bei der letzten Pressekonferenz, die die EZB gemacht hat, war das eher noch zögerlich. Da wusste man nicht so genau, wird sich die Zinsen jetzt senken. Aber in den letzten Tagen war es eigentlich dann relativ klar, dass der Zinsschritt kommen wird. Und dann ist das entsprechend eingepreist. Es ist jetzt vor allem die Frage, wie es weitergeht. Und anders als in den USA, wo relativ klar ist, dass jetzt gegen Ende des Jahres weitere Zinsschritte nach unten folgen werden, hat sich die Notenbank hier in Europa da noch nicht festgelegt. Und auch auf Nachfrage von Journalisten in dieser Pressekonferenz hat Lagarde gesagt, Zitat, Again, we are not pre-committed to a particular rate path, soll heißen. Die EZB guckt sich jetzt die Wirtschaftsdaten in der nächsten Zeit an und entscheidet dann. Aber natürlich, ja. Den Schneider kaufe ich eh nicht ab. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist so dieses, als würden sie da so jedes Mal spontan entscheiden, ach, jetzt machen wir es oder so, dann machen wir es nicht. Die Eurozone muss sich refinanzieren, ganz einfach. Jeder Staat hat viel Schulden aufgenommen und die können wir so nicht bedienen. Wenn man so viel wenig Wachstum hat, nämlich von 0,8 Prozent, dann geht das rechnerisch einfach irgendwann nicht mehr. Und so zu tun jetzt jedes Mal, als würde man da jedes Mal spontan entscheiden, ich glaube, ist einfach nicht. Es wird genauso gesenkt, wie eine FED senkt, wie eine Bank of England senkt, wie China. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil die senken nicht nur, die rasten komplett aus, was Quantitative Easeling gerade ausgeht, mit extra Liquiditätsspritzen nochmal in den Immobilienbereich rein. Also ganz anderes Level da nochmal. Also diese Unabhängigkeit, die man versucht, hier zu zeigen, ich glaube es nicht. Glaubst du denn, dass dieses Softlanding möglich ist, also Inflation zu dämpfen, ohne dass wir vollends in eine Rezession schlittern? Das ist die Gretchenfrage. Also ich meine, das Problem ist ja immer, dass die ganzen Wirtschaftsdaten, auch die Grundlage, die immer zur Begründung herangezogen wird für ein EZB, da ist ja immer ein zeitlicher Versatz dabei. Das heißt, wenn ich die Zinsen erhöhe oder ich senke die Zinsen, dann habe ich oft erst sechs Monate später oder noch länger erst die Effekte. Das heißt, bis die Zinssenkung wirklich greift in der Wirtschaft, also einen positiven Stimulus verursacht, das geht nicht so schnell. Also die Frage ist auch hier ein bisschen so die Geschwindigkeit. Die Frage ist so ein bisschen, das eine ist das Instrument der Zinsschraube. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn wir jetzt doch nochmal Anleihen aufkaufen bei der Notenbank, was ist denn, wenn wir nochmal zusätzliche Liquidität für Banken bereitstellen? Das ist ja alles ganz spontan immer, was sowas entschieden wird. Das ist ja nicht immer nur dieser Turnus der Zinssenkung oder Erhöhung. Und das hängt davon, glaube ich, sehr, sehr stark ab. Ich glaube, wir werden erstmal in dieser 0% Wachstumsschiene bleiben. Das ist ein ganz, ganz schwaches Wachstum. Das muss dann vielleicht keine Rezession sein, im Sinne von negativ, aber Spaß macht das auch nicht. Also das wird nicht schön werden. Ob wir noch im Minusbereich reinrutschen, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass jetzt die Zinssenkung entsprechend greifen, dass wir wieder mal die Baubranche wieder ein bisschen beleben, die ja ganz heftig leiden musste. Gerade die Refinanzierung der Unternehmen, einfach mal wieder ein bisschen mehr, 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 mehr für Investitionen sorgt einfach, dass auch mehr investiert wird, weil aktuell lohnt sich Investitionen oft gar nicht für die Unternehmen bei den Kosten. Ja, hoffen vor allem, nicht wissen. Ja, was man aber schon relativ sicher sagen kann, ist, dass Kryptowährungen ja von Zinssenkungen profitieren. Also ja, du hast es gesagt, die Liquidität ist etwas lockerer, wenn jetzt dieser Easing-Cycle weitergeht. Und das Phänomen der Asset-Price-Inflation kennen wir alle. Es muss nicht sofort wieder mit der Kerninflation nach oben gehen, aber typischerweise profitieren da schon Aktien, Risikoaktien noch mehr und Bitcoin noch mehr als die von höherer Liquidität. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu unserem dritten Thema und entfernen uns jetzt damit ein wenig von Bitcoin und sprechen über Blockchain-Gaming. Und alle paar Monate wechseln ja die Narrative im Kryptosektor, also die Themen, die jetzt besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Und in diesem Jahr waren es, ihr werdet es mitbekommen haben, vor allem AI und Meme-Coins. Es gibt aber immer noch diesen einen Klassiker unter den Narrativen und das ist das Gaming-Thema, das immer wieder größere Hypes erlebt. Und nun gibt es Anzeichen dafür, dass wir da vor einer größeren Welle stehen, Sven. Ja, ich glaube, es geht wieder los, kann man sagen. Das ist nur eine Vermutung, aber es gibt auch Anzeichen dafür. Denn, wenn wir vielleicht noch ein bisschen zurückschauen in der Vergangenheit, es gab schon sehr oft Gaming-Hypes. Damals vor allem 2021 um Axie Infinity herum, manche erinnern sich dran, hat super skaliert, riesige Milliardenbewertungen, aber das Ganze war nicht nachhaltig. Gaming hat nämlich, oder Blockchain-Gaming, keinen Spaß gemacht. Sondern nur gezockt, um Geld zu verdienen. Und das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Das ist eher so Schneeball-Prinzip, sage ich jetzt mal. Das stürzt irgendwann ein. Ich glaube aber, die Branche hat daraus gelernt und hat in den letzten zwei, eher drei Jahren echt Spiele gebaut, die jetzt so langsam erscheinen, die wirklich gut sind, im Sinne von, die machen halt Spaß, dass man das auch zocken will. Und da ist jetzt ein Kandidat ja recht präsent geworden. Off the Grid heißt das. Es basiert auf der Avalanche-Blockchain. Und die Bilder sehen echt gut aus. Also das ist halt nicht mehr so 2D irgendwie Tetris-Style, sondern das ist ein cooles Game irgendwie auch. Es hat es auf Platz 1 geschafft, der Epic Games-Liste für die populärsten Free-to-Play-Games dort auf Platz 1. Für mich schon ein Zeichen, dass das was kann auf jeden Fall. Und man kann es ja auf verschiedenen Endgeräten spielen, auch auf der PlayStation. Nun haben wir bei BTC Echo in der Redaktion eine PlayStation. Natürlich nicht während der Arbeitszeit, aber in der Mittagspause kann da auch gezockt werden. Und das haben wir mal probiert gehabt. Ich habe es selbst nicht gezockt, aber Kollegen von uns. Und du, David, warst da auch bei, oder? Wie war dir das Resumier? Ja, ich habe es natürlich auch gespielt, hast mich nicht nehmen lassen und bin sofort gestorben, weil man da nicht auf dem Boden spawnt wie in normalen Spielen, sondern erst mal mit so einem Flugzeug über die Map fliegt. Es gibt aktuell nur eine. Es ist eine Beta-Version. Und die Idee ist, dass du in der Zukunft so einen Menschen spielst, der aber jeglicher Gliedmaßen entledigt wurde. Und dafür hast du halt Roboter-Gliedmaßen, also Roboterbeine und Roboterarme. Und die Beine haben so ein Jetpack. Ich habe nicht kapiert, wie das funktioniert. Ich bin direkt abgestürzt. Beim zweiten Versuch hat es ein bisschen besser geklappt. Da bin ich dann sofort auf so ein Hausdach geflogen und konnte dann von oben die Feinde wegsnipern, was nicht so gut funktioniert hat, weil ich super schlecht in Shootern bin, vor allem auf der Playstation. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Ja, das ist doch schon mal was. Also ich bin mal gespannt, wie es sich entwickeln wird. Und das Spannende bei Games finde ich immer, ich kenne eigentlich keine andere Anwendung, die so schnell skalieren kann. Also in kürzester Zeit Millionen von Nutzern, in dem Fall dann On-Chain holen kann. Ja, ich habe es schon genannt mit X-Infinity damals. Das war ein sehr beeindruckendes Beispiel. Aber ich finde es auch spannend von der Bewertungsgrundlage. Wenn wir uns jetzt mal, also nicht im Blockchain-Bereich, Games anschauen, was die für eine Bewertung zum Teil haben, was die für Revenues machen. Also Fortnite ist sicherlich das bekannteste Beispiel. Da haben wir, glaube ich, über 30 Milliarden wird das Game bewertet. Und die haben ja eine Revenue auch von mehreren Milliarden pro Jahr. Also gewinnen wirklich dann am Ende auch von zwei, drei Milliarden zuletzt. Also wenn das halt im Blockchain-Gaming-Bereich möglich wird, ich glaube, dann entsteht nur vollkommen neuer Hype, dass da noch viel mehr Geld reinfließt. Die Frage ist so ein bisschen vielleicht dann auch, wer bekommt das ganze Geld? Also landet das dann, wenn es das eine Spiel ist, alles dann dort, also bei der Avalanche-Blockchain, dann vielleicht auch bei dem Token des Games, des eigenen Tokens, oder gehen dann auch viele vielleicht nochmal auf andere Chains hin oder auf andere Gaming-Projekte und sagen, okay, ich gebe jetzt ein bisschen was in zur Immutable X zum Beispiel oder Sui. Sui hat ja auch ein starkes Gaming-Narrativ ausgeprägt in letzter Zeit. Wollen ja sogar im Hardware-Bereich aktiv sein. Mit Microsoft gibt es ja auch Kooperationen. Also, dass die vielleicht auch nochmal profitieren. Meine Hoffnung auch darüber hinaus ist, dass das so ein bisschen den NFT-Sektor wiederbelebt, weil der eigentlich relativ tot ist gerade und vielleicht durch Gaming auch nochmal so einen kleinen Hype erfährt. Also für mich ist, obwohl ich selbst kein Gamer bin, da muss man dazu sagen, glaube ich von den ganzen Themen da draußen, Deepen, Dreamcoins, glaube ich vor allem an das Gaming, weil das an schnellster Zeit wirklich abgehen kann ohne Ende. Also alle Hoffnungen auf Avalanche. Ich habe mich so, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich mich schon gefragt, wo da jetzt genau der Blockchain-Bezug ist und das habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, du hast es ja auch gerade gesagt. Also das Spiel ist eben auf diesem Guns-Network gebaut und das ist ein Subnet von Avalanche. Das heißt, da hat man auf jeden Fall diesen klaren Web3-Bezug, allerdings ist der noch nicht wirklich live. Es gibt diesen Gun-Token, den kann man aber nur in-game benutzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man den irgendwann handeln kann und dann ist da, je nachdem wie gut das Spiel läuft, natürlich schon mit einem Hype zu rechnen. Und dann wird es interessant sein zu sehen, ob die Spielerinnen und Spieler ihre Skins und was man dann eben sonst da handeln kann, ja mit dem Token eben traden und dieser Token dann auch einen Gegenwert in Euro hat. Das ist bisher noch nicht klar, aber das Potenzial besteht auf jeden Fall. Und ihr könnt das selber ausprobieren. Das Spiel gibt es aktuell noch umsonst. Es ist halt eine Beta-Version. Ihr könnt es auf dem PC spielen, beispielsweise, da kriegt ihr es im Epic Game Store. Dann könnt ihr es auf dem PC spielen. Dann gibt es von der PlayStation 5, wie wir das in der Redaktion gemacht haben, könnt ihr auch runterladen. Oder Xbox gibt es es eben auch. Und ja, ich bin da auch gespannt, was sich Epic Games dann noch oder was sich der Spieleentwickler dann noch überlegt als Gimmicks mit Web3-Bezug. Ich könnte mir da auf jeden Fall auch sowas wie NFTs oder eben diese In-Game-Blockchain-Token vorstellen. Aber warten wir uns mal ab. Genau. Und wir werden darüber berichten. Wir werden auch mal einen Testbericht schreiben, finde ich. Das wäre mal spannend, wie wir den Spielspaß bewerten. Wir werden vielleicht so eine Gaming-Zeitschrift irgendwann, so Blockchain-Gaming, dann auch noch mal als eine Säule. Aber schauen wir mal. Das kann Giacomo dann machen. Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Einschalten dieser Woche. Ich hoffe, ihr findet euch auf unserem neuen Podcast-Channel zurecht. Aber wenn ihr das hört, habt ihr den ja offensichtlich schon gefunden. Und wenn euch die neuen Grafiken gefallen, die diesen Podcast hier unterstützen, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Und ansonsten erreicht ihr uns wie immer, wenn ihr uns schreiben wollt, auf podcast.btc-echo.de Und ich sage, schönes Wochenende, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.